Ojen Flexhockey, eignet sich eine Office-Maus fürs Gaming? Generell nein. Was ist aber, wenn diese Office-Maus von Razer stammt? Wir sind der Frage nachgegangen und haben die Razer ProClick Mini, wie jede andere Maus auch, auf Herz und Nieren auf ihre Gaming-Tauglichkeit getestet. Seht nach dem Intro, wie sie sich geschlagen hat. Wenn ein Gaming-Equipment-Hersteller wie Razer eine Office-Maus herausbringt, dann könnte man vermuten, dass in dieser die gleichen Komponenten, wie in den Gaming-Mäusen verbaut sein könnten und sich diese eben auch fürs Gaming eignet. Das Know-how ist ja da. Irgendwie ist dieser Frage noch niemand intensiv nachgegangen, deswegen machen wir das. Die Specs stellen sich wie folgt dar. Verbaut ist vermutlich der Pixel 3381 mit maximal 12.000 dpi, also ein optischer Sensor und kein Lasersensor, wie der oft in Office-Mäusen verwendet wird, weil sich Lasersensoren auf mehr unterschiedlichen Unterlagen verwenden lassen. Optische Sensoren sind deutlich besser, sind aber von der Qualität des Untergrunds beziehungsweise des Mauspads abhängig. Der Sensor der ProClick Mini arbeitet jedenfalls einwandfrei und ist ganz klar fürs Gaming geeignet. Die Klicks sind mit lautlosen mechanischen Switches mit 15 Millionen Klicks Haltbarkeit angegeben und im Prinzip das Besondere an der ProClick Mini, wie wir noch sehen werden. Die Maße betragen 100,2 mm x 62,7 x 34,2 mm. Die Maus ist also klein, sehr klein, also noch kleiner als die Maße vermuten lassen. Hier im Größenvergleich zwischen der eh schon sehr kleinen Razer Orochi V2 und der reinen Fingertipp-Maus-HSK von G-Wolves könnt ihr, glaube ich, ganz gut die Dimensionen abschätzen, von denen wir hier reden. Das Gewicht ist dann für die Größe recht hoch und von Razer mit 88 bis 111 Gramm angegeben, je nachdem, ob man ein- oder zwei alkaline Batterien nutzt. Wie auch die Orochi und auch die DeathAdder V2X Hyperspeed ist die ProClick nicht wiederaufladbar und muss mit Batterien bestückt werden. Verwendet man, wie wir, eine Lithium-AAA-Batterie mit AA-Adapter, so ist das niedrigste Gewicht, welches man darstellen kann, 75,9 Gramm, was ja dann doch für eine Gaming-Maus im Rahmen liegt, für eine reine Fingertipp-Maus allerdings schon nicht sonderlich niedrig ist. Klappern wir vorher, bevor wir zu den wichtigsten Testwerten kommen, noch ein paar Details ab. Zum Teil kommt das etwas hohe Gewicht nämlich auch dadurch zustande, dass die ProClick Mini ein durchdrehendes Scrollrad hat. Man kann mit einem Schalter direkt hinter dem Scrollrad umstellen, ob sich das Scrollrad taktil drehen soll, also in einzelnen Schritten, oder sich eben freidrehen soll. Das Freidrehen ist sehr praktisch, wenn man durch lange Texte oder Webseiten scrollen möchte. Beim Gaming ist das in aller Regel nicht von Interesse, mit einigen wenigen offensichtlichen Ausnahmen vielleicht. Die Taste zum Umschalten ist allerdings sehr umständlich zu bedienen. Man muss, um sie wieder zurückzustellen, eigentlich mit zwei Händen bedienen. Kein Vergleich also zur G502, wo dies einfach mit einem Finger machbar ist. Ist das Scrollrad aber einmal umgestellt, dann dreht es wirklich vollkommen durch. Damit aber noch nicht genug. Zusätzlich ist das Scrollrad noch mit Links- und Rechts-Switches ausgestattet, die im Office zum Beispiel für Seitwärts-Scrollen verwendet werden kann, aber beim Gaming sehr interessant für Zusatzfunktionen ist. So lege ich zum Beispiel gerne Freelook in Shootern auf Wheel nach rechts. In diesem Sinne, über 85% der Views auf unserem Kanal sind von Nicht-Abonnenten. Wenn euch das Video also gefällt, könnt ihr uns mit einem Like für den YouTube-Algorithmus sehr helfen und unseren Kanal abonnieren. Es kostet euch nichts und hilft uns, diesen Kanal weiter betreiben zu können. Vielen Dank. Um es auf den Punkt zu bringen. Das Mausrad ist schwer, das Umstellen auf Freilauf umständlich, aber für eine Funktionsweise grandios. Der Freilauf und die Links-Rechts-Zusatzfunktionen funktionieren hervorragend. Genau die richtige Actuation Force bei den Zusatzfunktionen und sauber laufender Freilauf. Spitze. Wir sind extrem begeistert. Die Seitentasten der ProClick sind sehr klein, aber, da die Maus ja auch sehr klein ist, sehr gut mit nur geringer Daumenbewegung zu erreichen, haben wenig Pre-Travel und sind erstaunlich gut zu bedienen. Nicht die besten Seitentasten des Universums, aber ausreichend gut. Erstaunlich. Wir hatten hier eigentlich im Vorfeld einen Schwachpunkt vermutet. Die Glides sind abgerundet und gleiten auf rauen wie glatten Mausplätze hervorragend. Sie sind auf der Razer Homepage zwar nicht als 100% Virgin PTFE angegeben, aber wir glauben trotzdem, dass es welche sind. Zumindest sind die Gleiteigenschaften absolut in Ordnung. Ein wichtiger Punkt, der noch in Bezug auf die Gaming-Tauglichkeit zu testen war, ist, ob die ProClick auf 1000 Hz Pulling Rate läuft. Und ja, tut sie. In der Razer Synapse Software ist die Pulling Rate von 1000 Hz sowie DPI und Energiesparmodi einstellbar, die Tasten programmierbar, klar, aber keine Lift-off-Distance veränderbar. Die Lift-off-Distance liegt bei knapp über einer DVD und ist also recht niedrig. Für den Office-Bereich ist eine LOD ja auch im Prinzip vollkommen irrelevant und fürs Gaming meiner Meinung nach auch. Denn zum Tragen kommt eine Lift-off-Distance ja nur, wenn die Maus angehoben und versetzt wird. Da man aber nie während dem tatsächlichen Aiming-Vorgangs in zum Beispiel Ego-Shootern die Maus versetzt, ist eine minimale Bewegung des Mauszeigers beim Anheben oder Wiederabsetzen nicht entscheidend. Eine niedrige LOD kann sogar für in der Regel unbemerkte Probleme beim Gaming sorgen. Dies testen wir gerade ausführlich und machen da sicher auch noch ein Video drüber. Seid gespannt, die Ergebnisse werden euch schockieren und für eine andere Sicht auf die LOD sorgen. Versprochen. Eine Sache, die noch zu erwähnen ist, ist das Shape. Da die Maus extrem klein ist und sich eh nur für Finger- oder Clawgrip eignet, kann man dies schlecht bewerten, zumal Shape eh Geschmackssache ist. Was allerdings auffällig ist, ist die weit hinten liegende Sensorposition bei der ProClick Mini. Wenn man das mit der Orochi vergleicht, bei der der Sensor sehr weit vorne liegt, wird dies besonders deutlich. Wir hätten uns eine sehr viel weiter vorne liegende Sensorposition auch bei der ProClick gewünscht, aber vermutlich war dies wegen dem 4D-Scroll-Wild so nicht umsetzbar. Fakt ist, ich hatte irgendwie mehr Schwierigkeiten, mich an die weit vorne liegenden Sensor der Orochi zu gewöhnen, obwohl dies objektiv betrachtet für pränzises Aiming bzw. Micro-Adjustments bei Finger- und Clawgrip sehr von Vorteil sein müsste. Aber da die meisten Mäuse den Sensor mittig oder leicht hinter der kleinen Finger-Daumen-Achse liegen haben, ist es eigentlich viel leichter, sich auf die Sensorposition der ProClick einzustellen, als die weit vorne liegende Position von zum Beispiel einer Orochi oder einer MM730 von Cooler Master. Kommen wir jetzt aber zum Entscheidenden. Der Sensor arbeitet hervorragend und die Klicks haben uns vollkommen begeistert. Dass die Klicks wirklich absolut leise sind und absolut keine Taktilität haben, mag den einen oder anderen vielleicht stören, aber nüchtern betrachtet ist das extrem gut. Die Klicks sind extrem leicht und schnell. Im Human Benchmark-Test erreicht die ProClick Mini eine der besten Werte aller Gaming-Mäuse und kann sogar mit optischen Schaltern mithalten. Nahezu null taktiler Widerstand und extrem wenig Pre-Travel machen es offenbar möglich. Auch ingame wirkt sich da spürbar aus. Die ProClick macht richtig Spaß. Die Klicks suchen einfach ihresgleichen. In etwa vergleichen kann man die Klicks mit den ebenfalls sehr leisen und untaktilen Klicks der neuen Corsair M65 Ultra, die unsere Human Benchmark-Test-Liste derzeit anführt. Vielleicht ist der Verzicht auf spürbaren Widerstand bei Switches keine schlechte Idee. Wer weiß. Es ist eben nicht nur MCU, interne Verarbeitung und Firmware, die sich auf die Klicklatenz auswirken, sondern auch so rein mechanische Sachen, die vorher auftreten, wie Pre-Travel, Widerstand der Main Buttons, Actuation Force und Auserlöseweg der Switches, die vorher zum Tragen kommen. Dies ist ja auch der Grund, warum wir keine LDAT oder ähnlichen Tests mehr wie früher machen, da sie eben nicht die komplette Klicklatenz abbilden. Uns gefallen die Klicks auf jeden Fall sehr gut und die Latenzwerte sprechen eine deutliche Sprache. Sonst macht die ProClick eine gute Figur. Die Zusatztasten über das 4D-Scrollbild sind praktisch und dass die Maus durch die hinten liegende Batterie sehr backlastig ist, fällt durch die insgesamt geringe Größe wenig ins Gewicht. Unser Fazit. Eine gelungene Vorstellung von Razer und ein verdienter Einzug der Razer ProClick Mini in unsere Top-Liste in der Rubrik der Wireless, kleinen und symmetrischen Mäuse. Unsere Top-Liste aller Mäuse findet ihr ja wie immer in unserer Kanal-Info. Der Test der Razer ProClick Mini Office-Maus und der teilweise Einzug in unsere Top-List war eine angenehme Überraschung und durch die ungewöhnlichen, aber sehr guten Klicks eine sehr interessante Sache, die die Experimentierfreudigen unter euch sicher einmal ausprobieren können. In diesem Sinne. Das war's.